Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Hier ist Nerd-Izismus, der Podcast von Nerds für Nerds. Heute geht es um virtuelle Weltuntergänge, verzögerte Alien-Invasionen und Kantsche-Weltanschauungen. Und hier ist euer Gastgeber. Hier ist Michael. So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Ich bin der Nerdizist Michael und heute mal nicht mit Chris unterwegs, deshalb mache ich hier jetzt auch mal wieder diese Ansage nach langer, langer Zeit, sondern ich habe mir einen Gast eingeladen, mit dem ich über eine aktuelle Serie und ein paar nette Bücher reden werde, die gerade auf Netflix verfilmt worden sind. Und zwar geht es um das Three-Body-Problem. Und dazu eingeladen habe ich mir einen alten Freund des Podcasts, der auch schon mal dabei war, und zwar den Reinhard Prahl, einen Autor diverser, ja, auch Fanlyrik würde ich sagen. Ganz viele Star Trek-Chroniken hast du gemacht, ne? Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Freut mich mal wieder hier zu sein, ist lange her, ne? Kurz zu meiner Person, ich bin Medienjournalist, Schriftsteller und Autor, habe zusammen mit Thorsten Weich und Björn Sülther die Star Trek-Chroniken, Band 1 bis 5 geschrieben, Band 5 über Diebs bis 9 ist jetzt gerade mit 800 Seiten erschienen, und dann noch Es lebe Captain Future, Es lebe Firefly und jetzt gerade sitzen wir an den Akte X-Chroniken, die jetzt gerade ins Lektorat gegangen sind. Wir sprechen heute über ein chinesisches Werk, beziehungsweise die amerikanische Adaption des chinesischen Werks, und zwar die Adaption der Trisolaris-Trilogie, des ersten Buches von Zhang Zijin Liu. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Und zwar hat der 2008 eine Serie angefangen, die heutzutage nicht umsonst als eine der großen Science-Fiction-Werke der Zeit gezählt werden, und auf die ich vor ein paar Jahren mal gestoßen bin und auch immer mal wieder einen Podcast erwähnt habe und auch sehr froh war, als dann Adaptionen davon angekündigt worden sind. Und ja, wie gesagt, Netflix hat die jetzt umgesetzt mit den Machern der Game of Thrones-Reihe, die sich mal wieder einer Adaption bedient haben. Und mal schauen, was daraus geworden ist. Aber mich würde mir natürlich mal interessieren, wie du zuerst mit den drei Sonnen, mit der Trisolaris-Trilogie in Berührung gekommen bist. Ähnlich wie du auch. Ich muss dazu sagen, ich bin ein ziemlich großer Audible-Fan. Aus dem einfachen Grund, weil klar, man muss jeden Monat ein Guthaben einlösen gegen Geld, aber man kann die Hörbücher dann auch behalten. Und sie wandern halt ins Portfolio, selbst dann, wenn du dort kündigst. Deswegen bin ich ein großer Audible-Fan, das schicke ich mal voraus. Aber ich habe dann eben damals mir die drei Sonnen von einem der Guthaben gekauft, weil die halt in aller Munde waren. Und habe das dann damals gehört und war schon von den ersten Seiten unheimlich geflasht und eigentlich auch schockiert ein Stück weit. Und habe mich natürlich gefragt, was ist denn jetzt Science-Fiction an diesem Werk? Es fängt ja in der Kulturrevolution an. Aber der ganze Stil, die Erzählweise, dass ein Chinese so kritisch mit der chinesischen Geschichte umgeht, mit der jüngeren chinesischen politischen Geschichte, das hat mich damals schon sehr getriggert. Und ich fand das Buch so fantasievoll letzten Endes, dass es mich sehr begeistert hat. Ich fasse vielleicht mal ganz kurz zusammen, worum es grob in diesem Buch, beziehungsweise im ersten Buch und in der ersten Staffel von Netflix geht. Also wie immer, wir werden hier ziemlich viel spoilern, zumindest was die erste Staffel der Serie betrifft. Und Teile vom ersten Buch sowie Teile vom zweiten und dritten, weil die schon in der Staffel verarbeitet werden. Aber worum geht es bei Three-Body-Problem? Es gibt halt letztendlich zwei Erzählstränge in Die Drei Sonnen, wie es auf Deutsch übersetzt wird. Der eine Erzählstrang spielt in den 60er Jahren in China, wo die Kulturrevolution stattfindet und wo die junge Chinesin Ye Wenjia den brutalen Mord an ihrem Vater mit beobachten muss. Und dann aufgrund dessen, dass sie auch eine Wissenschaftlerin ist, mehr oder weniger als Aussätzige unterwegs ist und auf einem wissenschaftlichen Standort hilft, bei einer Radaranlage mitzuarbeiten. So viel da zuerst mal. Und dann gibt es den zweiten Erzählstrang, der in unserer Gegenwart spielt. Und wo es darum geht, dass viele Wissenschaftler plötzlich Selbstmord begehen und ein, im Buch zumindest, ein anderer Wissenschaftler damit beauftragt wird, dem so ein bisschen auf die Schliche zu kommen und zu schauen, was denn da abgeht. Die Netflix-Serie, interessanterweise, nimmt das Ganze als Basis und flechtet daraus so ein bisschen eine eigene Geschichte. Denn am Ende, diese Charaktere, die wir hier haben, in dem Buch, wie Wang Miao oder Da Xi, die werden mehr oder weniger adaptiert und in eigene Charaktere mit reingebracht. In der Netflix-Serie gibt es zwar immer noch die Kulturrevolutionsgeschichte, aber in der Gegenwart haben wir hier fünf Personen, fünf Wissenschaftler, die sich in verschiedenen eigenen kleinen Storys genau mit dem gleichen Problem beschäftigen, wo dann irgendwann auch Außerirdische und ganz andere Dinge noch mit reinspielen. Und auch relevant für heutzutage, was 2008 noch gar nicht mal so auf dem Schirm war, Virtual Reality. Das mal nur so grob zusammengefasst. Aber bevor wir einsteigen in die Details, ist, erstens, sag nochmal was zu dem ersten Buch, wie du es insgesamt fandest damals und was dich daran gefixt hat, noch weiterzulesen oder weiterzuhören. Ja, wie gesagt, ich fand das einfach, ich fand den chinesischen Blickwinkel einfach großartig. Ich hatte bis dahin überwiegend westliche Literatur gelesen. Klar, natürlich auch die Klassiker und auch ein bisschen osteuropäisch. Also ich bin Mark Lemm halt ziemlich gerne. Vor allen Dingen halt Solaris ist eines meiner Lieblingsbücher und auch einer meiner Lieblingsfilme, wobei ich ja die russische Adaption jetzt meine. Aber das war so ein völlig anderer Blickwinkel, den man da erlebte. Und natürlich ist die ganze Idee mit den Trisolariern, die dann von Jevenier quasi als Wissenschaftlerin angefunkt werden. Und dann kommt eine Meldung zurück, antworte nicht, weil sonst erobern wir euch. Und Jevenier, die den Glauben an die Menschheit verloren hat durch die Kulturrevolution, sagt, kommt, ich helfe euch. Das fand ich damals eine Idee, die ich in der Form nicht kannte und die natürlich sehr schwerwiegende menschliche, soziokulturelle und auch philosophische Fragen. Ja, ich fand es spannend, als ich das erste Mal das gehört habe, weil ich habe es auch gehört auf Audible, dass mir sowas wie die Kulturrevolution so völlig unbekannt war. Ich meine hier ganze Zweiter Weltkriegsgeschichte, alles was wir vorher hatteten, Drittes Reich und das Kalte Krieg und so, ist uns alles sehr bekannt. Aber wenn wir so ein bisschen außerhalb unseres westlichen Rahmens unterwegs sind, dann stoßen wir auf Dinge, die uns völlig unbekannt sind, wie die Kulturrevolution, die damals ja durch Mao ausgelöst wurde, weil er so langsam seinen Griff der Macht gefürchtet hat, dass er ihm entgleitet und entsprechend dazu geführt hat, dass viele junge Leute westliche Kultur und westliche Wissenschaft verteufelt haben und gegen ihre Eltern aufbegehrt haben, wo heutzutage auch noch viele Familien immer noch darunter leiden, weil da so viele... Ja genau, lass mich ganz kurz nochmal einmal ergänzen, für diejenigen, die das nicht wissen, die Kulturrevolution selber fand in der Zeit zwischen 1966 und 76-77 statt. Die Phase, die im Roman behandelt wird, ist der sogenannte Rote Oktober in Peking. Das war 1966 und das ist tatsächlich innerhalb von, ich glaube, eines Monats 1700 Akademiker und Lehrer ermordet worden in dieser Zeit. Das heißt also, dass Jugendliche... Man kann sich das so ein bisschen wie bei den Nazis vorstellen, in dem Jugendliche so indoktriniert waren, dass sie ihre eigenen Eltern denunziert haben, die zum Beispiel, wie es halt auch im Buch ist, Einstein gelehrt haben, als damals in den 60er Jahren tatsächlich führende Theorie und das ging natürlich jetzt nicht nur in die Astronomie, sondern in ganz viele andere Wissenschaftsbereiche, eben rein in die Literaturwissenschaft und so weiter und so fort, so dass sie da ihre Eltern denunziert haben und die dann halt sogenannte Kritiksitzungen abgehalten haben, die darauf abzielten, diese akademische Welt zu brechen oder zu vernichten, eins von beiden. Und das ist halt die Ausgangsbasis für diesen... Genau, sie bekommt mit, wie ihr Vater auf so einer Kampfsitzung an den Pranger gestellt wird und letztendlich auch gelünscht wird am Ende. Und da sie sich nicht von den Prinzipien ihres Vaters verabschieden will, ist sie gezwungen, quasi als Aussätzige in Arbeitslagern zu arbeiten und kriegt dann irgendwann die Wahl, ja, du willst dich hier nicht beugen, dann arbeite wenigstens an was Sinnvollem mit in einer Basis, die nannte sich Erotes Ufer, wo es, ja, letztendlich wird im Roman dann auch gesagt, darum geht, außerirdisches Leben zu kontaktieren. Ja, es ist ein chinesisches SETI-Projekt im Grunde genommen. Vielleicht kann man da noch mal kurz zur Serie, für diejenigen von euch, die die erste Staffel noch nicht gesehen haben, vielleicht noch mal anführen, dass dieser Teil, in der Jeveniers Vater ermordet wird, wirklich sehr gut umgesetzt ist. Ich glaube, das darf man wirklich sagen, das ist eine ganz dramatische Szene, weil einer der Ankläger einer der Schüler ist, dieses Physikers, und die Menschen, die ihn ermorden, da ist ein 14-jähriges Mädchen dabei. Und das war tatsächlich damals in China auch ganz oft so, dass eben unbedarfte Jugendliche indoktriniert wurden und dann halt so eben auch zu mördern und schlechtern wurden. Und das ist, finde ich, ich weiß nicht, wie du es siehst, Michael, ich fand, das ist ein sehr, sehr starker Einstieg in die Staffel. Definitiv. Also ich hatte mich auch gefragt, wie die daran herangehen werden, weil gleichzeitig ist ja auch eine chinesische Adaption des Ganzen rausgekommen. Und ich habe sie mir noch nicht, ich habe ein paar Minuten der ersten Folge mir davon angeschaut, weil ich glaube, man kann sie auf YouTube sich anschauen. Aber soweit ich gehört habe, bleiben die Chinesen diesem Thema komplett fern, weil das ja auch etwas ist, was wohl in der chinesischen Gesellschaft ziemlich verdrängt wird mittlerweile. Und ja, im Buch fand ich es schon beeindruckend. Und allein diese Szenerie, und das hatten die Game of Thrones-Macher ja auch schon bei Game of Thrones in der Adaption gezeigt, die haben das schon sehr eindringlich und sehr getreu der Vorlage umgesetzt. Und das ist auch schon, das gibt direkt den Ton für die gesamte Serie vor. Das fand ich auch. Und wo du auch gerade erwähnt hast, dass eben die Hauptfiguren eben durch andere Hauptfiguren abgelöst wurden und teilweise sogar aus einer Hauptfigur drei gemacht wurden, weil eigentlich stinkt ja die drei der Protagonisten, die halt in England leben, bilden ja insgesamt eine der Hauptfiguren des Romans ab. Ich fand dennoch, trotz der vielen Änderungen, dass der Kern der Geschichte sehr gut erhalten geblieben ist. Ja, das stimmt definitiv. Also ich bin erst mit Begeisterung in diese Serie eingestiegen, war dann etwas skeptisch und hab dann am Ende gesehen, ah, okay, es passt. Also sie haben schon versucht, wie du es gerade sagst, den Geist der Vorlage zu adaptieren, die ja größtenteils wirklich in, jedenfalls im ersten Buch, in China spielt. Da muss man ein paar Hürden überwinden als Buchleser, um nicht direkt zu quinschen. Aber dann am Ende lohnt es sich, so ein bisschen dem auch weiter zu folgen. Was haben sie nämlich gemacht in der Serie? Ja, in der Serie haben sie einerseits das weiterverfolgt, was in der Kulturrevision passiert ist und alles, das ist fast originalgetreu umgesetzt worden. Aber die ganze restliche Handlung wurde von China nach Großbritannien verlegt, was natürlich für unsere westliche Sichtweise, gerade für die Zuschauer, wahrscheinlich weniger befremdlich ist, als alles, was wir dann in dem Buch an sich sonst mitbekommen. Ja, genau. Tatsächlich ist es sogar so, dass Shuxin Lu das auch gewünscht hat. Das wissen viele gar nicht. Tatsächlich ist es so, dass er, als es um die Adaption ging, ich habe da letztens noch ein Interview gelesen, dass er tatsächlich gesagt hat, die Chinesen haben ihr Freebody-Problem. Warum soll nicht jede Kultur ihr eigenes haben? Das finde ich für einen Autoren einen sehr toleranten und starken Ansatz, der dann auch in der Serie entsprechend umgesetzt wurde und wie gesagt, meiner Meinung nach auch so gut umgesetzt wurde, dass, ich müsste noch mal gucken, aber ich glaube, die Serie hat hinterher bei Serienjunkies, für die ich als Redakteur tätig bin, eine 4,5 von 5, meine ich, hätte ich gegeben. Ich habe natürlich, wie Chris das so meist macht, mir auch noch mal Metacritic angeschaut, wie die Serie da abgeschnitten hat. Und normalerweise bin ich immer so derjenige, der raten muss. Aber was denkst du denn, was so der Metascore bei Metacritic für Freebody-Problem ist von 41 Reviews? Ja, ich lese bei Metacritic relativ wenig. Ich weiß, dass die, als ich das letzte Mal schaute, bei IMDB auf 7,7 stand und ungefähr dasselbe Rating bei Rotten Tomatoes hatte. Das weiß ich. Ich tippe, bei Metacritic ist es etwas niedriger, weil bei Metacritic meistens alles niedriger ist. Also die meisten Dinge niedriger sind. In der Tat, wir sind hier bei einem Critics-Score von 70 und beim User-Score sogar von 6,1 nur. Was ich interessant fand, weil diese Serie dann doch schon gefühlt im Internet sehr viel Buzz hinterlassen hat. Mal grad gucken. Ich hab grad mal eingegeben, IMDB. Da ist die Serie jetzt auf 7,6 halt. Nach 5 Wochen oder 6 Wochen, die es jetzt inzwischen läuft. Ich find, das ist eine gute Bewertung und eine faire Bewertung auch insgesamt bei 80.202 Bewertungen. Genau. Und wenn wir da mal reinschauen, wer denn überhaupt bei Freebody alles mitgemacht hat, dann sehen wir auch sogar ein paar altbekannte Gesichter aus dem Game of Thrones-Universum, wie ein Lian Cunningham, der den Thomas Wade hier spielt. Und Lian Cunningham, der spielt bei Game of Thrones Sir Davos Severs. Und wir haben noch ein paar andere Gesichter, die da mitspielen. Beispielsweise Benedikt Wong, den viele aus Doctor Strange kennen. Der spielt den Da Shee. Und Jonathan Price, der spielt den Mike Evans. Und John Bradley, den Sam aus Game of Thrones, der spielt Jack Rooney. Rosalind Chao aus Star Trek, ja. Als ältere Je-Wen-Je, die Ehefrau von Malzow-Bein. Genau. Also, aus der Sicht werden die Zuschauer schon in vertraute Gesichter mit reingebracht, was definitiv dieser Serie hilft, weil wir natürlich ja auch keinen kleinen Cast mal wieder haben. Also, wir haben sehr viele Storys, denen wir folgen müssen. Und auch wenn es nur acht Episoden sind, wird in diesen acht Episoden schon enorm viel an Story hinter sich gebracht, wo wir teilweise sogar schon in den zweiten und dritten Runden Roman reinspringen. Das stimmt, vor allen Dingen zum Ende der Staffel. Zuerst möchte ich aber einmal betonen, dass ich Benedikt Wong mega gut finde. Ich fand den fantastisch. Ich mag den sowieso, weil Benedikt Wong immer so ein bisschen die underweightete, coole Socke gibt, wenn ich das so ausdrücken darf. Und in der Serie ist das ja genauso. Im Grunde genommen wird der intellektuell vollkommen unterschätzt von jedem. Der wird eigentlich mehr wie so ein Spürhund gehandelt, bringt aber einige der klügsten Sprüche eigentlich in der ganzen Staffel heraus und strahlt dabei eine unglaubliche Ruhe aus. Das ist eine meiner Lieblingsrollen, dieser Staffel. Definitiv. Und er ist ja auch sogar sehr nah an seinem Buchcharakter mit drin, der auch Da Shi heißt im Buch. Im Buch ist er nur ein einfacher Polizist, der von dieser besonderen Einheit engagiert wird und sich um den Wissenschaftler, der jetzt auf fünf Personen aufgeteilt wird. Im Buch ist das Wang Miao, größtenteils kümmern soll. Aber im Buch wird er eine ähnlich coole Socke beschrieben. Also er ist immer sehr gelassen. Strafversetzt, ne? Strafversetzt, glaube ich, ne? Im Buch. Und er ist, ja, eigentlich immer der ruhende Pol in dem Ganzen, der sagt, hey, ist doch scheißegal, was hier für crazy Sachen abgehen. Was stört mich das? Das hat genau dieses Feeling, jetzt, wo ich gerade auch beim zweiten Buch fast wieder durch bin, das bringt der fast eins zu eins auch mit in die Serie rein. Ich finde allerdings auch, dass Liam Cunningham als Thomas Wade eine sehr gute Rolle hat. Er ist ja dann so der Gegenpol zu dem Mike Evans, zu der Figur des Jonathan Pryce quasi. Wobei ich es immer spannend finde, je wenn je und Mike Evans machen ja gemeinsame Sachen, sowohl im Buch als auch in der Serie. Sie leitet ja die ETHO-Organisation an, also Erde-Trisularia-Organisation, die ja die Eroberung der Erde quasi vorbereiten will. Und die gehen da moralisch sehr fragwürdig vor, zumindest wenn man es vom Standpunkt eines Immanuel Kant aus betrachtet, moralisch sehr fragwürdig vor. Und tatsächlich macht aber ja der Thomas Wade, der die Erde retten will, auch nichts anderes als das. Auch ihm ist ja quasi jedes Mittel recht, um sein Ziel zu erreichen. Und ich finde, dass da in der Serie ein sehr spannender Gegenpol geschaffen ist. Und ich war sehr traurig, obwohl ich wusste es ja aus dem Buch natürlich. Aber dass der Mike Evans oder der Jonathan Pryce selbst auch, der mir sehr gut gefallen hat, so wenig Screentime bekommen hat letztlich leider. Ja, wobei man sagen muss, Mike Evans hatte im Buch auch nicht die meiste Zeit. Der ist ein paar Mal vorgekommen, zwar zwischen Szenen, die sie auch in der Serie wiedergegeben haben, beispielsweise als sie das erste Mal auf ihn treffen. Aber ansonsten ist er in dem Buch auch nur jemand, der im Hintergrund agiert und mit dem wir gar nicht so viel in Berührung kommen. Das letzte Mal in einem Rückblick in Buch 2. Aber das war es auch schon. Also seine Rolle wurde gefühlt schon mehr in der Serie ausgearbeitet. Da hast du schon recht. Allerdings ist dafür ja auch ein ganz anderer, wichtiger Punkt eben weggelassen worden. Nämlich, dass sich die ETHO-Organisation eigentlich in drei Fraktionen aufgesplittet hat. Wobei Mike Evans und Jeven Je ja im Grunde genommen für die Auslöschung der Menschheit plädieren. Das sind dann die Adventisten. Die anderen beiden habe ich gerade nicht mehr im Kopf, wie die hießen. Aber die eine Fraktion geht halt aus, man nennt das in der Philosophie egoistische Ethik, egoistisch-ethisch hervor, egoistische Ethik. In dem die halt sagen, gut, wir helfen euch, aber wir möchten, dass unsere Familien einen gehobenen Stand überleben und auch ein gutes Leben halt unsere Nachfahren führen. Und die Dritten gehen halt deontologisch vor, das heißt also nach einer Kanschen-Ethik, in dem die dann sagen, also eigentlich ist es der beste Weg, den Trisolariern bei der Lösung des Dreikörperproblems, des physikalischen Dreikörperproblems zu helfen, dass die uns gar nicht erst erobern müssen. Da sind wir eigentlich schon sehr stark in den Unterschieden zwischen Buch und Serie mit drin. Du hast recht, wir haben diese ETO, die im Buch in die Adventisten, die Erlöser und die Überlebenden aufgeteilt worden sind, wo viele Details aus den Büchern rausgenommen worden sind. Wir erwähnen auch immer wieder die Trisolarier und für Zuschauer der Serie ist das vielleicht ein Begriff, mit dem die gar nichts anfangen können, denn das ist jedenfalls für Buchleser eine ziemlich große Änderung, zumindest für die, die nicht das chinesische Original gelesen haben. Denn im Englischen und im Deutschen sind die San-Ti, die Trisolarierer oder die Trisolans, während das San-Ti, das Original aus dem chinesischen... Genau, aber der Ausdruck wird ja in der Serie tatsächlich erwähnt. Das war auch so eine der Sachen, die mich am Anfang ein bisschen enttäuscht haben. Meine Güte, wieso müssen sie einen neuen Namen erfinden? Und als ich dann gelesen habe, gut, das ist der Original chinesische Name, der sowas wie Drei Sonnenmenschen so ungefähr heißt, eine Übersetzung, dann hat mich das ein wenig beschwichtigt. Aber ja, das ist eine der wesentlichen Unterschieden. So ein paar Feinheiten, gerade diese ETO, die Erde Trisolaris-Organisation, die ist in der Serie fast eigentlich gar nicht vorgekommen, weil Mike Evans und Jeven Jair ja eine der Gründer des Ganzen waren, das sich im Laufe nach der Kulturrevolution, im Laufe der 30, 40 Jahre, zu einer weltumspannenden Organisation verändert hat. Aber da kann ich es auch schon verstehen, warum sie zum Beispiel diesen Teil gekürzt haben. Weil mir hat er im Buch Spaß gemacht, aber es ist natürlich sehr viel, müsste sehr viel Exposition haben, damit man genau solche Elemente da noch mit reinbringen kann. Das stimmt natürlich. Da fehlt natürlich dann erstmal das Erklären der Element in der Staffel mit acht Folgen. Da hast du völlig recht. Das hätte man wahrscheinlich so kaum hingekriegt, ohne quasi den Kontext der Geschichte zu stören. Da stimme ich dir zu. Weil ich das tatsächlich einen ganz wichtigen Punkt eigentlich finde, weil da eigentlich wieder klar wird, dass selbst diejenigen Menschen, die die Menschheit als solchen eigentlich verachten, im Grunde genommen verachtenswert sind, weil sie sich selbst bekämpfen und selbst nicht in der Lage sind, eine homogene Einheit zu bilden. Finde ich ganz spannend, die Idee, wo man halt zeigt, eigentlich bildet nämlich im Buch, wenn du dich mal daran zurückerinnerst, die Eto ist eigentlich nichts anderes als ein Spiegelbild der Menschheit. Definitiv, definitiv. Was ich aber noch spannender hieran finde, ist, dass wir die auf der Erde die ETO haben und dass wir später im dritten Buch noch andere außerirdische Gesellschaften quasi dazu bekommen, aber dass die Trisolarier doch weiterhin weiterhin eine recht einfache Gesellschaft bleiben, vor allem in den Büchern. Wir haben ein paar Individuen, die uns da gezeigt werden, aber letztendlich ist es eine durch die Katastrophen auf dieser Welt sehr zusammengeschweißte Gesellschaft, die als ein Organ oder als eine Einheit agiert, um ihr Ziel vom Planeten wegzukommen, in einen sicheren Hafen einzukehren, der die Erde ist, schon gemeinsam verfolgen. Ja, im Grunde genommen dienen ja die Trisolarier in der ganzen Serie eigentlich nur als ein Aufhänger. Ja. Da stimme ich dir eigentlich völlig zu. Normalerweise müsste man fast schon sogar von einem der Gaffin reden, weil im Grunde genommen sind die Trisolarier austauschbar, wenn man es mal wirklich auf den Kern runterbringt. Eigentlich sind die nur der Aufhänger dafür, wie die Menschen sich bei einer kaum zu verhindernden Bedrohung verhalten. Was aus der Menschheit wird, was aus der Menschheit schon wird, wenn sie von dieser Bedrohung erfahren, obwohl die noch Jahrhunderte in der Zukunft liegt, das Schlimmste in der Menschheit hervorbringen können, nur aufgrund dessen, weil die Menschen ihre sowieso bedrohte Zukunft, aber jetzt real bedroht sehen letzten Endes. Das ist ja eigentlich das Kernthema dieses Buches, also dieser Buchreihe. Und deswegen, Trisolarier, Shishinlu, ich glaube, so rum ist es richtig. Es ist für uns, er möge es uns verzeihen, falls er diesen Podcast jemals hört. Ich finde tatsächlich, dass die Trisolarier da im Grunde genommen mehr schon fast eine Platzhalterfunktion einnimmt. Ja, definitiv. Wie gesagt, man bekommt im ersten Buch und zwischendurch in den anderen Büchern noch ein klein wenig Details von den Trisolariern mit, aber quasi fast ab dem zweiten Buch sind sie dann nur noch eine geheimnisvolle Bedrohung, die irgendwann stattfinden wird, weil wir uns den Rest der Geschichte fast nur auf die Menschheit konzentrieren. Und wie du gerade gesagt hast, die Reaktion der Menschheit auf so eine Bedrohung, das war eine der eine der großartigen Sachen, die ich damals beim ersten Hören des Ganzen so fand. Erstens, dass es eine Bedrohung ist, dass es nicht die Aliens sind, die von heute auf morgen jetzt eine Invasion planen und schon da sind, sondern dass es wirklich einen langen Zeitraum beinhaltet. Ich meine 400 Jahre. Lass uns mal 150 Jahre zurückdenken. Wer kann sich noch an die Sachen vor 150 Jahren erinnern? Und dann muss man sich auf etwas in 400 Jahren vorbereiten, mit der Prämisse noch, dass wir ja eigentlich gar keine Verteidigung dagegen haben werden. Es ist unglaublich spannend, was der da für Einsichten, vor allem in Gruppendynamiken da generiert, weil er auch in verschiedenen, ja, also im ersten Buch vor allem mit der ITO und im zweiten Buch mit den Wandschauern da sehr viele verschiedene Perspektiven das Ganze mit reinbringt. Das ist immer so, die Wandschauer-Geschichte, können wir gleich nochmal reden, das ist einer der Punkte, die mich an dem Buch so ein bisschen gestört haben, weil ich den ein Stück weit unrealistisch finde. Ich meine, gut, von Realismus zu reden, wenn man Außerirdisch hat, die sich dehydrieren können, ist wahrscheinlich obsolet in der Richtung, so gesehen. Aber mich persönlich hat diese Wandschauer-Geschichte so ein bisschen, wo ich mich immer gefragt habe, hätte man es nicht anders regeln können, obwohl es letztlich ja verständlich ist, weil eben durch die Sophonen eben die Menschheit quasi Vollzeit überwacht ist und da eigentlich kaum eine Möglichkeit besteht, einen Verteidigungsplan zu entwickeln, ohne dass die Trisolarier das im Vorfeld wissen. Aber du hast recht, diese ganze Invasion geht ja quälend langsam vonstatten und du brauchst gar keine 150 Jahre übrigens zurück, Michael, ich weiß nicht, wie alt du bist, ich bin 56, für die Hörenden unter euch. Ich bin gerade 40. Du bist 40. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo man an einem Telefon ein komisches Ding namens Wahlscheibe oder Wählscheibe benutzt hat. Ja, also, wo es nur drei Programme gab, um zwölf Uhr ein Testbild erschien und wo kein Mensch auch nur die geringste Ahnung hatte, was zum Geier das Internet ist. Ja, 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 hatten wir auch noch. Wir hatten auch noch dieses schöne grüne alte Telefon bei uns stehen mit der Wählscheibe und ja, wir wussten ja noch, wie es ist, draußen zu spielen. Ja, weiß ja heute keiner mehr. Doch, mein Sohn weiß das, aber wir waren, um dich kurz zu ärgern, wir waren moderner als ihr, wir hatten hinterher Tastenfeld. Hatten wir auch zu irgendeinem Zeitpunkt. Also, wir haben mit der Wählscheibe angefangen. Ja, wir auch. Zum Glück war ich in einem Dorf, wo es immer nur vierstellige Nummern gab. Da musste man nicht so viel wählen, ja, aber irgendwann sind wir dann auch zu den Tasten drüber. Und, ja, ich musste auch ganz klar, musste ich früher noch zum Fernseher hin, um daran zu drehen, um das Programm umzuschalten, wenn es mehr als diese drei Programme gab. Ja, das Anrufen des Nachbarn war fast so querend langsam wie die Invasion der Trisolaria. Ich erinnere mich noch sehr daran. Ja, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, sprichst du da einen sehr interessanten Punkt an, weil gerade, dass diese Invasion so langsam vonstatten geht, dass man also eigentlich permanent dem Druck ausgesetzt ist, auf eine Invasion hinzuleben und wo man dann sagt, naja, gut, mich betrifft das nicht, meine Kinder betrifft das nicht, meine Enkelkinder, meine Urenkel eigentlich auch nicht, aber trotzdem bricht die Menschheit in Panik aus. In der Serie ist es ja sehr deutlich, im letzten Dritten der Staffel, ne? Ich meine, es ist auch nicht ohne Grund, dass sie in Panik geraten, weil wenn wir uns jetzt nochmal an die Prämisse des Ganzen zurückerinnern, das startet ja in der Serie ähnlich, Wissenschaftler beginnen Selbstmorde und so langsam wird herausgefunden, ja, dass die Wissenschaft scheinbar nicht mehr Wissenschaft ist, weil jegliche Grundlagenforschung zu unterschiedlichen Ergebnissen führt. Heißt, man kann keine Regeln mehr aufstellen, heißt, man ist an eine Grenze gekommen, die, wie wir es dann später herausfinden, durch diese außerirdische Macht hervorgerufen wurde. Eine der großen Unterschiede zum Buch ist es auch noch, in welcher Art die Sophonen erklärt werden. Denn das fand ich etwas schade und ich fand es nachvollziehbar, dass man es in der Serie nicht so umfangreich machen konnte, aber die Sophonen sind ja ein großer Faktor, warum die Menschheit auch in 400 Jahren keine Chance gegen die Trisolaria haben kann, weil sie uns davon abhalten, jegliche Grundlagenforschung zu führen. Denn die Sophonen sind Photonen, die die in eine höhere Dimension gebracht haben, mit Computertechnik ausgestattet haben und so quasi mini-künstliche Intelligenzen zu uns rübergeschickt haben, die in Sekundenschnelle alle möglichen Computerergebnisse und sichtbaren Elemente von uns ja, stören können. Genau. Das muss man noch mal ganz kurz erwähnen, weil ich habe diesen Kritikpunkt sehr häufig gelesen, dass dann sagten die, also wenn die uns doch jetzt schon in den Computer geschickt haben und die brauchen selber 400 Jahre, ja, das ist ja eigentlich unlogisch, weil ja auch diese Sophonen unheimlich lange gebraucht hätten. Das ist natürlich nicht der Fall, weil die im Buch, aber auch in der Serie klugerweise, nämlich, wie du sagtest schon, in der Größe eines Photons beschrieben werden und ein Photon kann mit Lichtgeschwindigkeit eben vertragen werden, was dann wiederum bedeutet, dass diese Supercomputer, die die in, ich weiß nicht wie vielen Generationen, ich glaube, die haben da mal irgendwann Millionen Jahre erwähnt, die diese Figur, die diese Kultur auch brauchte, weil die ja manchmal nach 30 Jahren untergeht, manchmal erst nach 3000, weil ja das Drei-Körper-Problem eben nicht vorhersagbar ist und die haben das dann schon wirklich sehr klug gemacht, denn die sagten, naja gut, wenn das ein Photon ist, dann braucht das ja nur vier Jahre bis zur Erde, weil Trisolaris, das System ist ja nur 4,2 Lichtjahre von der Erde entfernt. Es ist nicht sogar, jetzt muss ich raten, weil ich es nicht mehr vorher nachgeschaut habe, es ist nicht im Sternbild Alpha Centauri, wo die genau daherkommen, im Roman wird es definitiv gesagt, in der Serie bin ich mir gerade, wo du es jetzt erwähnst, auch nicht mehr ganz so sicher, aber selbstverständlich, Entfernung 4,2 Lichtjahre lässt ja schon keinen anderen Schluss mehr zu, weil das unser nächstes Planetensystem von hier aus ist. Genau. Und das Sonnensystem. Auch eine Sache, die so ein bisschen in der Serie leiden musste, wo wir im Buch natürlich sehr viel Zeit hatten, das aufzubauen, ist die ganze VR-Geschichte, das ganze Three-Body-Spiel an sich. Hier ist es so, dass die Trisolaria beziehungsweise die ETO in Form von Mike Evans allen Leuten diese VR-Helme rüberschicken, damit sie quasi indoktriniert werden können durch das Spiel, beziehungsweise herausgefunden werden kann, wer ähnlich wie Jevenger desillusioniert ist von der Menschheit und einer besseren Spezies helfen möchte, hier zu überleben. Im Buch ist es nicht so, dass die ETO das versteckt, sondern dass es eher ist wie so ein Oculus-Headset. Viele Leute haben auf der Welt VR-Headsets und so Full-Body-Suits und spielen damit im Netz rum und eins dieser Spiele im Netz ist das Three-Body, wo sich jeder einloggen kann, der möchte, aber nur die wenigsten sind dabei, weil es so ein abstraktes Spiel ist. Und auch nicht lösbar für die allermeisten Menschen. Wenn man einmal zu dem Schluss gekommen ist, dass es sich um ein Dreikörperproblem handelt, ist es einfach, dass dieses Dreikörperproblem auch in der Tat mathematisch nicht eindeutig lösbar ist. Es sind verschiedene Szenarien dieses Dreikörperproblems lösbar, aber es gibt keine allgemeinen Lösungen für das Dreikörperproblem. Genau, bis heute übrigens nicht. Und um das jetzt mal wirklich nochmal nur für die, die es vielleicht noch nicht wissen, ganz kurz auf den Punkt zu bringen, das Dreikörperproblem sagt eigentlich, wenn ein Körper, in dem Fall jetzt ein Planet, von drei Sonnen umgeben ist, dann sind die Gravitationskräfte innerhalb dieses Systems so stark, dass überhaupt nicht vorhersehbar ist, was mit diesem Planeten letztlich passiert. Im Grunde genommen glaube ich, ich glaube, ich habe es einigermaßen gut auf den Punkt gebracht. Perfekt, besser hätte ich es nicht vorlesen können. Das heißt also, ich habe es ja gerade kurz schon mal angedeutet, gehen wir jetzt mal einmal ganz davon raus, dass überhaupt die Entwicklung einer Zivilisation unter solchen Umständen eigentlich unmöglich ist. Das ist ein Punkt. Aber Shishin Lu macht es möglich, indem er seinen Aliens bestimmte Fähigkeiten an die Hand gibt, die den Aufbau eines kulturellen Gedächtnisses ermöglichen. Nämlich dieses Dehydrieren, damit dann die Bewohner von Trisolaris oder zumindest ein Teil davon, ein signifikanter Teil davon, egal welche Katastrophe auch immer übersteht und dann über lange, lange Zeiten hinweg, weil eben es sehr häufig chaotische Phasen gibt, die auch lange dauern können. Deshalb dauert die Entwicklung der Kultur auch so extrem lange, aber über viele hunderttausende Jahre hinweg haben die dann eben eine Technologie aufgebaut, die der Menschheit um, ich nenne es jetzt mal ganz trocken, mindestens 1000 bis 2000 Jahre voraus sein dürfte. Das ist die Frage, ob es soweit voraus sein kann, weil die Trisolarier haben ja im Buch selber entdeckt, wenn sie zu den Menschen rüberfliegen und die Menschen entdecken, dass sie zu ihnen rüberfliegen, dann sind 400 Jahre genug, damit sich die Menschen darauf vorbereiten können, ihnen entgegenzutreten und eine Gefahr für sie zu sein. Das stimmt, weil die gehen halt davon aus, dass eben die Technologie der Erde weiter halt in dem Tempo wächst, wie es bis jetzt ist in dem Buch. Tatsächlich gibt es da Theorien, die wir sagen, das ist eher nicht so im Moment, weil wir kommen zwar mit KI und so sehr weit, aber eigentlich unsere Computertechnologie als solche steckt schon ein wenig fest im Moment. Unsere Rechner sind ja immer noch mit Silizium ausgestattet zurzeit und Silizium hat technologische Grenzen, um das mal so kurz erwähnt zu haben. Aber tatsächlich ist es im Buch so, dass die also sagen, wenn wir die menschliche Entwicklung nicht stören, dann werden die Menschen unsere Invasionen im Keim ersticken und uns vernichten. Und das meinte ich eben auch, dass man in der Serie vergleichsweise wenig von der trisolarischen Kultur beziehungsweise von der trisolarischen Entwicklung mitbekommt, weil in der Serie man sich doch stark auf diese fünf Hauptcharaktere konzentriert und auf das Lösen dieser Mystery Box, die aufgebaut wird. Genau, vor allen Dingen so ab Folge 5, ne? Genau, ab der vor allen Dingen. Und wenn wir jetzt in das Buch einsteigen, da haben wir einen Fokuscharakter, einen Wissenschaftler, neben Da-Chi als Polizisten, haben wir Wang Miao, der sich größtenteils in dieses Spiel einloggt und das spielt und auch die Räste darin löst und mehr oder weniger mitbekommt, was passiert, bis zu dem Punkt, wo er selber von der Erde Trisolaris Organisation eingeladen wird. Diese ähnliche Szene haben wir auch in der Serie. Das ist letztendlich, wo er nochmal auf Yevangia trifft mit den ganzen Anhängern der Trisolaria oder mit den Jüngern der Trisolaria. Und dann... Das ist die weibliche, diese Jin Sheng, ne? Von Jess Hong gespielte ist das, glaube ich, ne? Genau. Das löst das Problem letztlich, ne? Ja, ja. Genau. Und im Buch erzählt dann, bekommt man dann vor allen Dingen durch Yevangia und durch Aufzeichnungen von Mike Evans noch weiter mit, wie es mit der Trisolarischen Kultur weitergeht, wie sie halt auch eine große Flotte aufbauen, um vom Planeten runterzukommen und wie sie sich vorbereiten auf die Invasion der Erde. Aber, wie du es eben gesagt hast, dass weiterhin bleiben sie so ein bisschen nur ein Story-Vehikel, weil ab dem Punkt kriegt man in den Büchern meist gar nichts mehr viel von denen mit, sondern immer nur das, was weiterhin auf der Erde passiert. Und was passiert weiterhin auf der Erde? Denn da passieren Dinge, die wir in der Serie sehen, die schon vom zweiten und teilweise vom dritten Buch mit übernommen worden sind. Denn das erste Buch endet mehr oder weniger damit, dass die Trisolarier den Menschen mitgeben, ihr seid Insekten für uns. Also, zuerst möchte ich nochmal ganz kurz darauf eingehen, was das grundsätzlich, also auch aus schriftstellerischer Sicht, ich sage ja, ich schreibe auch Kurzgeschichten und Romane und habe auch Hörspiele mitentwickelt. Insofern hoffe ich da ein bisschen Verständnis zu haben, was das anbelangt. Was das für eine eigentlich kongeniale Idee ist, die eine außerirdische Kultur über ein Videospiel zu erklären, über ein VR-Spiel und die eigentliche Kultur überhaupt nicht ins Spiel zu bringen damit. Sondern auch, es ist ja wie im Roman, ist es ja genauso wie auch in der Serie auch, dass die Kultur, die die Spielenden erleben, menschlich ist und auf der menschlichen Geschichte basiert. In dem Fall halt auf der Geschichte Chinas selbstverständlich. Und wir eigentlich nie erfahren, zumindest jetzt in den ersten Büchern, wie sehen die überhaupt aus? Was sind das für Wesen? Wie sind die politisch organisiert? Und warum, wenn die so viele Millionen Jahre auf Trisolaris überlebt haben, wollen die jetzt dieser Welt entfliehen? Haben die einfach nur die Nase voll? Und so weiter und so fort. Und das, wie du sagst, bleibt ja außen vor. Aber das, was wir über die Trisolaria lernen, lernen wir vollständig eigentlich entweder durch die VR-Welt und hinterher so ein ganz klein bisschen durch die, ich sag mal, personalisierte Sophonen. Und das ist auch einer der Story-Elemente aus dem dritten Buch, weil die Sophonen erst im dritten Buch wirklich eine Form annehmen beziehungsweise einen menschlichen Avatar mit hineinbringen, der jetzt an dieser Stelle schon im Three-Buddy-Spiel personifiziert wurde. Was ich einen ganz netten Kniff fand, weil dann bringt man schon früh etwas rein, was eigentlich erst relativ spät mit reinkommt und hat dann dadurch natürlich auch wieder einen direkten Vermittler zwischen Trisolaris und der Erde. Ja, das macht halt dramaturgisch Sinn einfach, weil es ist natürlich sicherlich, es gibt so diesen Grundsatz show don't tell, aber den kann man halt in Fernsehserien eben nicht immer umsetzen, in Romanen auch nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Und es ist ja einfach so, dass halt viele Aspekte der Trisolarischen Kultur eben im Dialog erklärt werden müssen. Wie spricht man eigentlich im Kontext der Serie jetzt davon, der santirischen Kultur? Wir sind beide die Buchleser, deshalb fallen wir gerne zurück in dieses Trisolaria und ich spreche auch gerne weiter von Trisolaria. Trisolaria, aber wie wird es, hast du die Diskussion im Netz oder woanders beobachtet, wie damit umgegangen wird mit dem Namen? Nein, habe ich nicht, also kam ich auch ehrlich gesagt nicht zu. Um da großartig im Netz mich noch umzuschauen, ich habe, was ich halt so ein bisschen verfolgt habe, war die für mich mit zu harten Bandagen geführte Diskussion um die Liebesgeschichte zwischen Xi, Sheng und Will Downing, genau, Will Downing, was ich sehr schön fand, weil ich sowieso bei sowas sehr stark getriggert werde, aber eben diese Diskussion habe ich halt mitverfolgt, aber für mich sind das Trisolaria und ich finde, da kann man auch gut mit umgehen. Wenn du jetzt nochmal darauf gehst, also vor allen Dingen die Liebesgeschichte zwischen Will Downing und der anderen, wir haben hier wirklich fünf Charaktere, die stellvertretend für eigentlich viele Charaktere aus den drei Büchern stehen, denn, was man nochmal betonen muss, in den Büchern wechselt quasi mit jedem Buch die Hauptfigur und fast 100% der Nebenfiguren, die da auftreten, weil wir auch einfach einen so riesen Zeitraum von mehr als 400 und ich möchte es fast gar nicht sagen, weil es ein Spoiler ist, x Zahl an Jahren später überspringen werden. Ja, es ist halt, in der Serie wird am Ende angedeutet, dass das halt mit Kälteschlaf überbrückt werden wird, dass man dadurch eben halt die wichtigsten Hauptfiguren über die drei Staffeln rettet. Man muss ja mal sagen, dass ein gar nicht mal so unähnlicher Kniff wie auch in Foundation gemacht worden ist. Da ist es halt anders gemacht worden, da haben sie halt den Imperator geklont, was ja auch bei Asimov nicht vorkam, aber auch da hat man ja dann künstlich quasi gestreckt, um die Hauptfigur behalten zu können. Und das macht man hier eben mit Kälteschlaf. Im Grunde genommen merkt es, glaube ich, auch wenn man es erzählt, denkt, es ist eigentlich der gleiche Kniff, den man da anwendet. Na halt, man nimmt sich irgendeine Science-Fiction-Technologie, also eine Soft-Sci-Fi-Technologie, die auf Hard-Sci-Fi getrimmt ist, in dem Fall, und lässt dann so die Figur halt quasi weiter existieren. und das wird ja im Body-Problem-Teil auch ein Stück weit gemacht, mit den Wandschauern eben. Obwohl die Wandschauern sind, glaube ich, im Roman tatsächlich auch im Kälteschlaf gelegt, wenn ich mir das richtig erinnere. Ja, in der Serie, wenn ich mich jetzt, ist schon wieder drei Wochen her, dass ich die abgeschlossen habe, hatten wir neben dem Saul zwei andere Wandschauern, oder? Es war ein Asiatischer, ein Chinesischer war da, dann der Soldat war da, der ja im zweiten Buch eine Rolle spielt, weil er ja der Wandbrecher seine Taktik enthüllt, haben wir ja in der Vorbereitung drüber geredet schon, und jetzt muss ich überlegen, gab es einen vierten? Also wir hatten im Buch, wir haben den Heinz, wir haben den Rias, und wir haben nochmal den dritten, der relativ früh schon das Zeitliche segnet, und den vierten durch Lu G, der hier in der Serie von dem Saul verkörpert wird. Genau, genau richtig, der ja halt am Anfang, wie eben Lu G auch, überhaupt gar nicht Teil dieses Wandschauer-Programm sein will, ich glaube, im Roman wird er, glaube ich, nicht angeschossen, das ist dann halt so ein kleiner dramaturgischer Doch, doch wird er auch angeschossen im Roman, tatsächlich, hatte ich nicht mehr so in Erinnerung, aber es sind natürlich dramaturgische Kniffe, die dann halt natürlich zeigen, egal was du tust, du bist drin und kommst auch aus der Nummer nicht mehr raus, es sei denn tot, und dann kannst du eigentlich auch gleich tun, was wir wollen, also das ist ja das, worauf es hinausläuft. Ich finde das schon eine spannende Idee und kann mich trotzdem immer noch nicht erinnern, waren es vier oder drei? Also im Buch waren es definitiv die vier, in der Serie kann ich das auch nicht mehr erinnern. Da waren es vier. Ja, also ich kann dein inhaltliches Problem mit den Wandschauern kann ich auch verstehen, weil es dann doch schon eine sehr absurde Idee ist, das Ganze in die Hände von vier Individuen zu legen, die auch den ganzen Zeitraum da einfach überleben sollen. Aus der strategischen Sicht, von dem, was die Sophonen mitbekommen, macht es natürlich bis zum gewissen Schritt durchaus Sinn, weil wenn wir überlegen, erstens die Sophonen können alles aufnehmen und alles hören und alles sehen, was wir machen, die Tresularier verstehen die Menschen aber nicht, weil die Tresularier mehr oder weniger alles wörtlich nehmen. So wie es angedeutet wird, scheinen die über eine Art Telepathie miteinander zu kommunizieren und dadurch sind alle Gedanken von denen gleich offengelegt. Heißt, es kann keiner lügen und es kann keiner seine Intentionen verbergen in der Tresularischen Kultur. Und deshalb verstehen die auch das Konzept des Lügens nicht, was ja in der Serie ein bisschen erwähnt wird, in dem Buch noch tiefer. Und deshalb wurde das Konzept von den Wandschauern erdacht, nur haben die Menschen oder vor allem die UNO, die das erdacht hat, nicht mit den Langzeitauswirkungen von Wandschauern gearbeitet, die natürlich unglaubliche Ressourcen verschlingen können. Und wenn man seine Motivation oder wenn man seine Hintergründe nicht erklären kann, führt es zu großen Problemen. Da sind wir aber leider schon fast schon wieder zu viel in der zweiten, wahrscheinlich in der zweiten Staffel drin. Lass uns doch mal einmal bei diesem Lügenpunkt bleiben, weil das ist eigentlich spannend. Man muss einmal wissen, ich hatte ihn ja schon mehrfach erwähnt, den Manuel Kant. Er ist in China unglaublich populär. Viele wissen das gar nicht. Hegel übrigens auch, aber Kant ist in China sehr populär. Und genau deswegen kommt er, Shuxinlu, auch immer wieder auf Kant zu sprechen. Und das tut er hier nämlich auch, weil er in der Fernsehserie, da finde ich sogar noch besser in dem Fall, sehr stark, sehr gut entlarvt, welche Konsequenzen eine Lüge letztlich haben können. Und dann auch zeigt daran, warum eben Immanuel Kant Lügen abgelehnt hat, kategorisch. Weil es läuft ja so, der Evans lügt, indem er mein Lord, dem Herren, der Sophon, ein Märchen vorliest. Was war es? In der Serie ist es glaube ich Rotkäppchen, ne? War es in der Serie. So. Und aufgrund dieses Märchens erkennt die Sophon, dass Evans die Wahrheit nicht sagt. In dem Moment. Und sie interpretiert das als Lüge. Und dann kommt sie zu dem Entschluss und sagt, also wenn du lügst und lügen kannst, dann kann ich dir nicht vertrauen. Und wenn ich dir nicht vertrauen kann, dann seid ihr nicht mehr als Bugs, als Käfer für uns. Dann gehört ihr vernichtet. Das finde ich doch ein echt spannender Ansatz, findest du nicht? Definitiv. Und wenn ich jetzt spoilern könnte für das zweite Buch, dann könnte ich jetzt hier noch das Thema Zweifelsketten mit reinbringen, wo wir aber am besten nicht zu tief drauf reingehen, weil es ist wirklich spannend, was da noch kommt und es ist wirklich sehr, sehr abgefahren, was da noch kommt. Aber was schon mit reingekommen ist vom dritten Buch, ist der Treppenplan, was natürlich Sinn macht, weil er von der Geschichte, von der zeitlichen Einordnung, dieses Staircase Project, wo Will Downing, wo das Gehirn von Will Downing zu den Trisolaniere angeschickt wird, natürlich gleichzeitig da spielt, aber wir im Buch, erst im dritten Buch davon überhaupt erfahren. Und ich meine, auch hier der Ansatz, das mag ich an den gesamten Geschichten, die er in den Büchern verwebt, weil er hat so viele interessante wissenschaftliche Ansätze hier verarbeitet, auch die Sache, dass wir eigentlich uns nicht gut genug beschleunigen können, mit der Technologie, die wir aktuell haben, um den Trisolariern einen Vermittler entgegen zu schicken, dass am Ende mit der bestehenden Technologie uns nur die Möglichkeit bleibt, ein Gehirn eines Menschen rüber zu schicken, mit der Hoffnung, dass die Trisolariern weit genug entwickelt sind, dass sie ihn quasi wieder aufbauen können. Das finde ich ein super spannendes Thema. Ich finde es überhaupt schon spannend, dass die Trisolariern nur mit 1% Lichtgeschwindigkeit fliegen können. Obwohl die so viel weiter entwickelt sind, als wir, schaffen dies, also das ist für uns immer noch eine bis jetzt relativ unerreichbare Geschwindigkeit, also wir fliegen im All viel, viel langsamer als 1% Lichtgeschwindigkeit, man kann sich das da so tatsächlich überhaupt gar nicht vorstellen, dass eine so verbal ausgedrückt doch langsame Geschwindigkeit, 1% Lichtgeschwindigkeit, klingt nach gar nichts, aber das können wir einfach nicht erreichen und die Trisolariern können das eben und dann spinnt der Schuschenli den Gedanken weiter, indem er sagt, okay, aber wenn die, wo die uns tausende Jahre voraus sind, 1% Lichtgeschwindigkeit erreichen können, dann müssen wir ja noch mehr ablosen und noch viel langsamer sein und daher kommt dann diese Idee des Gehirns im Spiel, die übrigens auch entgegen aller Kritik, die gerne geäußert wird, finde ich einen sehr spannenden Ansatz hat. Also, du schweigst, okay, der Ansatz ist ja der, dass der Downing im Grunde genommen die Menschheit ja auch verachtet. Okay, da möchtest du darauf hinaus. Genau, da wollte ich hin. Also, die Menschheit auch verachtet und nur sich darauf einlässt, der ist ja schwer krebskrank und stirbt und sich halt nur darauf einlässt, weil er eben in Jin Sheng verliebt ist sein ganzes Leben lang und das Ganze läuft dann quasi darauf hinaus, dass wenn also es ein Mensch wert ist, gerettet zu werden, dann ist es ja letztlich doch auch die ganze Menschheit. Fand ich in der Serie eine ganz tolle Idee, sehr ansprechend. Ja, und auch, ich meine, das ist natürlich weiterhin ein sehr menschlicher Gedanke, dass wenn wir jemanden hinschicken als Vermittler, dass die, ja, die fremde Spezies quasi das Menschliche in uns sehen könnte und wir dadurch gerettet werden könnten, was natürlich vielleicht aus einer Denkweise einer ganz komplett anderen Spezies immer noch sehr naiv gedacht ist. Natürlich ist es das, selbstverständlich. Also ich meine, man muss ja dann quasi voraussetzen, dass wir Menschen grundlegend gut sind. Ja. Und das, um wieder bei dem guten alten Kant zu sein, der Kant würde jetzt wahrscheinlich zweifelnd den Kopf schütteln darüber. Weil der berühmte kategorische Imperativ, den Kant entwickelt hat in seinen Schriften, ist eigentlich nur aufgrund der Basis entstanden, dass Kant eben genau das Gegenteil eigentlich glaubte. Also das Glas ist dann doch lieber halbleer. Kant hat im Grunde genommen gesagt, wir sind einfach keine guten Wesen, aber wir sind vernunftbegabt und unsere Vernunft muss uns Regeln auferlegen, die für uns so selbsterklärend sind, dass die auch allgemeingültig sein können. Und deshalb sind wir aufgrund dieser Verpflichtung des vernünftigen Denkens angehalten, eben das Richtige zu tun. Das ist im Grunde genommen so ein bisschen, das war jetzt vielleicht ein bisschen krumm erklärt, aber das ist so das, was so der kategorische Imperativ eben halt letztlich sagt. Und in der Serie, da hast du völlig recht, gehen die dann von der anderen Prämisse aus, indem die sagen, wenn wir jetzt einen Vermittler entgegenschicken und die bauen den wieder auf und die kommen mit dem ins Gespräch, dann erkennen die schon, wir sind eigentlich gar nicht so übel. Das ist überaus naiv. Auch hier wieder, ich kann nicht viel spoilern, aber auch diesem Grundsatz kommt der Autor in seinem zweiten Buch, vor allen Dingen zum Ende des zweiten Buchs, was der große Auflösung wahrscheinlich auch vielleicht der zweiten Staffel sein kann, mit einer grundsätzlichen anderen Theorie entgegen, und zwar der Theorie des Dunklen Walls, wonach auch das zweite Buch benannt worden ist. Aber ja, was haben wir hier? Wir haben hier die Wandschauer, die aus dem zweiten Buch sind, wir haben das Treppenprojekt, was aus dem dritten Buch ist, und die Sophon, was auch aus dem dritten Buch ist, und lass uns dann vielleicht nochmal ein bisschen den Rundumschlag suchen. Was ist am Ende dein Gefühl oder dein Eindruck dieser Serie als Adaption dieses Stoffes gewesen? Was, lass uns vielleicht beim Guten anfangen, was haben sie gut gemacht für dich? Ich kann nur sagen, mir hat die Serie außerordentlich gut gefallen, muss ich ganz wirklich sagen. Ich fand eben, dass die Kernideen von Shishin Lu sehr gut transportiert worden sind. Ich finde, dass für eine Fernsehserie, man muss ja immer einfach unterscheiden zwischen einem literarischen Werk und einer TV-Serie, die ja auch Unterhaltungswerte aufweisen muss. Und sind wir ehrlich, die Romantrilogie ist toll, aber die hat doch ihre Längen. Definitiv. Ich meine, ich habe es, glaube ich, im Vorgespräch oder vielleicht eben auch kurz gesagt, ich mag seine Ideen, ich mag seine Geschichten, ich finde es aber unglaublich schwierig, wie er Charaktere schreibt und wie er sich manchmal in diesen Charakteren in sehr kitschig romantischer Weise verliert. Und das ist für mich ein großes Problem der Bücher gewesen, weil wenn wir das rausgelassen hätten, dann könnte ich es auch Silmarillion ähnlich, hätte ich eine coole Geschichte, die nicht so viel mit den Charakteren an sich zu tun hat, sondern einfach eine Welt aufbaut. Das haben sie ein bisschen in der Serie dadurch umgangen. genau, das ist das, was mir persönlich gut gefallen hat. Ich mochte das Tempo, ich mag das Tempo der Serie. Viele, wie gesagt, kritisieren das, das habe ich in der Taz zum Beispiel von der Kollegin gelesen, die dann sagte, ab Folge 5 ist dir das alles zu sehr, zu kitschig geworden. Ich fand das einfach gerade wichtig, weil meiner Meinung nach Liebe und Hass immer noch unsere größten Triebfedern sind, letztendlich. Und ich finde, das wird in der Serie hervorragend transportiert, dass wir als Menschen so vernunftbegabt wir auch letztlich sind, immer wieder alles auf unsere Emotionen heruntergebrochen wird. Und das ist eben auch halt bei dem, jetzt habe ich wieder den Namen vergessen, das ist ja wirklich traurig, der hieß ja noch gleich das Gehirn. Will Downing. Bei Will Downing, jetzt ist es mir eingefallen zum Glück, das ist letztlich bei Will Downing der Fall, das ist aber letztlich halt auch in der Serie war je wenn jeder Fall gewesen, die ja den Glauben an die Menschheit völlig verloren hat, aber trotzdem den Mike Evans geliebt hat. Ja, also und so weiter und so fort. Also letztlich wird immer wieder gezeigt, dass unsere stärkste Triebfeder unsere Emotionen sind dabei, das hat mir sehr gut gefallen. Ich mochte die Effekte der Serie gerne, ich fand das eine sehr hochwertige Umsetzung, und eben, ich fand eben, dass die für eine TV-Serie den philosophischen Tiefgang der Geschichte sehr gut erhalten haben. Okay, was hat mir gefallen? Also mir haben viele von diesen Sachen auch gefallen. Ich muss sagen, ich mochte letztendlich, wie sie es an vielen Stellen verpackt haben, wie sie es adaptiert haben, weil der Stoff dann doch sehr, Teil an vielen Stellen hätte durch Expositionen leben müssen. Sie haben es gut geschafft, eine Waage aus dem, was muss man mit reinbringen und was muss man jetzt nicht wirklich erklären. Sie haben ein paar Sachen rausgeschnitten, wie die ETO, sie haben ein paar deutliche Erklärungen, wie die Sophonen rausgeschnitten, aber alles in allem haben sie eine für mich gute Adaption der wesentlichen Punkte, des wesentlichen Geistes der Story mitgebracht. Auch wenn ich am Anfang nicht unbedingt Fan dieser fünf Charaktere war, weil ich dachte, okay, muss das denn jetzt alles amerikanisiert sein, dass wir hier fünf junge, schöne Menschen drin haben, hat es für mich letztendlich Sinn gemacht. Ich fand die VR-Szenen sehr schön umgesetzt. Ich fand auch die Effekte an sich sehr, sehr schön und auch die gesamte Präsentation. Auch für Leute, die vorher nicht kannten, meine Frau ist auch sehr gut in das Ganze eingestiegen und ich glaube, die haben es geschafft, diesen Stoff so runter zu brechen, dass er für die meisten Zuschauer deutlich verdaulicher ist als alles, was im Buch präsentiert wird. Und wir reden hier auch vor allen Dingen von einem Buch, das noch sehr bodenständiger ist als alles, was danach kommt. Wir möchten uns gerade nicht vorstellen, wie die ansatzweise versuchen, diese zweite und dritte Staffel umzusetzen, die sehr abgefahren sein wird. Eins meiner Highlights und was ich mir auch so ähnliche vorgestellt habe in der Staffel und da waren die Game of Thrones Macher auch die richtigen Leute dafür, war das jüngste Gericht, das Boot oder Judgment Day hieß es. Oh ja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, über diese Wahnsinnsszene, das stimmt. Also er hat im Buch, vor allen Dingen im zweiten Buch, nutzt dann noch ein paar Szenen, die sehr grenzwertig sein werden, wenn wir alles das auch auf dem Bildschirm zu sehen bekommen, aber gerade diese Geschichte, die hat einem schon im Buch so richtige Gänsehaut mitgebracht, dieses Zerschneiden des Ganzen, dieses subtile Zerschneiden, wenn man denkt, dass man einfach irgendwo in einem Boot steht und plötzlich in drei Teile zerteilt wird. Es war ein bisschen krass, dass sie so einen Fokus darauf gesetzt haben, unbedingt auch noch die ganzen Jugendlichen und Kinder und die Familien auf diesem Schiff zu zeigen. Typisch für Benjoff und Weiss. Genau. Ich habe mich gefragt, ob es zu viel war, andererseits bringt es natürlich den Horror, diese Entscheidung, die da gefällt werden musste oder die gefällt wurde, noch deutlicher da, als wir es im Buch hatten. Im Buch ist es eine Entscheidung, wo wir wissen, es gehen eine bestimmte Anzahl von Menschen drauf und man nimmt diese Opfer im Kauf, um einfach zu verstehen, wie ist diese Bedrohung, was uns natürlich auch noch weiter von unserer Menschlichkeit wegbringt, aber das in der Serie bringt das jetzt dadurch noch mehr auf die Spitze. Weißt du, was ich fast noch gruseliger fand sogar? Als halt herauskommt und die Menschheit erfährt, dass die Außerirdischen auf die Erde zusteuern, um die zu erobern, was dann passiert, obwohl noch 400 Jahre Zeit sind und dann gibt es doch diese eine Szene, wo unsere jungen Helden zusammenstehen und in Dunkeln eine Brücke gezeigt wird, wo an jedem Laternenfall ein Mensch hängt, der sich dort umgebracht hat. Das fand ich eine Szene, die mich persönlich sehr mitgenommen hat, wo ich wirklich sagte, wären wir Menschen wirklich so, würden wir bei einem so großen Zeitraum so schnell die Hoffnung verlieren, dass entweder, wie es ja auch gezeigt wurde, die niedrigsten Triebe in uns durchkommen oder wir alle Hoffnung verlieren. Das waren so Fragen, die sich mir stellten in dem Moment. Fand ich eine sehr mitnehmende, emotional mitnehmende Geschichte. Es ist ja auch, diese Zeit ist auch ein bisschen schon etwas, was vom zweiten Buch vorausgenommen wurde, weil die Menschheit verfällt einfach ab einem gewissen Punkt in dieses dunkle Tal, nennen die das in eine dunkle Zeit, die ähnliches schon voraussagt. Ich bin gespannt, wie sie es im zweiten Buch adaptieren, aber ja, das frage ich mich auch immer, gerade wenn man jetzt vielleicht auch nochmal wieder eine etwas heiterere Serie im Vergleich zu dieser Serie nehmen würde, wie Fallout, was ja auch ein postapokalyptisches Zeitalter zeigt, wie die Menschen einfach mit so einer Katastrophe und so einer Bedrohung umgeht. Ja, es wäre gruselig, aber durchaus auch spannend zu sehen, wie es in der echten Welt passieren würde. Also ich möchte es nicht erleben, aber ich habe witzigerweise auch gerade an Fallout gedacht, du willst lachen, weil da ja tatsächlich sich zeigt, die Apokalypse hat stattgefunden, alles ist vernichtet, wir sind 217 Jahre in der Zukunft, im Bunkern leben irgendwelche Menschen völlig an der Realität der Oberfläche vorbei und oben ist das Leben trotz mutierter Wesen, trotz Ghouls, trotz Wäldern, geht das Leben irgendwie weiter und die Menschheit überlebt irgendwie. Das ist ja bei aller Brutalität des Fallout-Universums trotzdem irgendwie schon fast ein Hoffnungsschimmer, obwohl ich natürlich so nicht leben wollte. Dazu muss man auch wieder sagen, wenn wir jetzt diese 150, 200 Jahre zurückdenken, so weit ist das Ganze von uns gar nicht weg, beziehungsweise so weit ist es ja gar nicht von unserer westlichen Zivilisation weg, wenn man alle Konflikte oder die Armutsverhältnisse in anderen Ländern sieht. Ja, ich meine, lass uns doch mal wirklich selbst die Frage stellen, die ja im Free-Body-Problem eigentlich permanent aktiv ist. Die Frage ist ja, wie würdest du als Person damit umgehen, wenn du wüsstest, das Ende der Welt steht bevor. So, jetzt gibt es da ja ganz viele Menschen, die sich umgebracht haben. Jetzt erinnere ich an Fallout, an eine gewisse Szene, wo die Hauptdarstellerinnen in der ersten Folge den Bunker verlässt, sich zum ersten Mal umguckt, in ein Haus eintritt, wo eine Mutter mit ihrem Kind sitzt und Gift neben sich noch hat, das Skelett einer Mutter und eines Kindes, das Kind sitzt noch skelettiert, ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst, in einem Kinderstuhl, die Mutter sitzt da neben ganz friedlich und die Mutter hat gesagt, das tue ich meinem Kind nicht an und mir auch nicht. Und ich finde, das sind große und tiefe Fragen, die da aufkommen, selbst in so einer Spaßserie wie Fallout werden ja diese Fragen gestellt und ich finde tatsächlich im ZüBody-Problem von dem Moment an, wo je wenn je sagt, in der Station Rotes Ufer, kommt, erobert uns, wir sind es ja gar nicht wert zu überleben, also kommt und vielleicht macht ihr es besser als wir. Das ist ja im Grunde genommen das, was passiert und das sind Sachen, die mich an der Serie tatsächlich sehr berühren. Definitiv. Ja, und ich meine, man kann stundenlang rumhängen und sich Gedanken machen, wie würde man selber reagieren, was Chris und ich hatten auch in der Tat schon öfter das Thema, vor allen Dingen in diesen ganzen Walking Dead-Folgen, wie würde man selbst in so einer Gesellschaft überleben oder wie würde man selbst mit dem Überleben umgehen, wodurch ja auch einfach solche Romane und solche Science-Fiction und Fantasy entstehen, weil sich Menschen einfach auch generell mit diesen Themen beschäftigen. Abgesehen von den guten Sachen, die wir hier gesehen haben, wir sind schon teilweise auf ein paar kritische Dinge eingegangen, aber was waren denn für dich die größten Probleme zusammengefasst der Adaption, die du so gesehen hast? Am Anfang sah ich es so wie du auch, ich frage mich bis jetzt, ob das fünf Figuren sein mussten unbedingt, ob nicht drei gereicht hätten. Das ist ein Punkt, mich hat am Anfang ein wenig die Verwestlichung gestört, obwohl ich ja glaube ich gerade schon erwähnt habe, dass Shushin Lu sich das ausdrücklich so gewünscht hat, weil er halt sagte im Interview, wir haben unsere Three-Body-Probleme, warum soll nicht jede Kultur ihr eigenes haben, was ich ja wie gesagt einen sehr starken Ansatz finde, und ich hatte es schon mal in unserem Vorgespräch erwähnt, ich finde das Wandschauer-Konzept ja nicht ganz so schlüssig. Es gibt diese Wandbrecher, jetzt hatte irgendeiner die Idee, im Buch ist es ja so im zweiten Buch, hat dann ja der amerikanische Wandschauer, glaube ich ist es, die Idee, eine Flotte von Schläfern ins All zu schicken, die dann mit tausend Schiffen auf die Trisularia warten und dann kommt der Wandbrecher und deckt diesen Plan vollständig auf. In dem Moment, wo der Wandbrecher aber diesen Plan aufdeckt, ist der ja komplett verloren, weil die Sophonen sofort wissen, dass dieser Plan so existiert. Das heißt, man kann nichtmals mehr Teile dieses Plans gebrauchen. Weißt du, den Wandbrechern, wobei das ein Konzept ist, was auch in der zweiten Staffel eingeführt wird, die Wandbrecher sind quasi die Gegen, die Wandbrecher sollen quasi rausfinden, die sind Teile der Trisolaris-Anhänger und die sollen rausfinden, was die Wandschauer vorhaben und jeder Wandschauer hat einen Wandbrecher. Wobei es immer wieder ein großer Punkt ist, dass die Wandbrecher dann auftauchen und sagen, ja das ist dein Plan, aber der ist auch egal, weil den Herrn stört das nicht. Was noch viel gruseliger ist an dem Ganzen. Die können sich schöne Sachen ausdenken, aber solange das niemanden stört, ist auch so ein Wandschauer vollkommen nutzlos. Stimmt, das finde ich auch, das habe ich auch gerade jetzt noch beim Neuhören gerade jetzt so eine Szene gehabt, wo du sagst, wo ja eigentlich im Grunde genommen immer so der Eindruck entsteht, also alles was ihr macht ist sowieso wurscht. Genau. Dann, was kritisier ich an der Serie, da haben wir auch schon ein paar Sachen von gesagt, ich fand sie auch, ich finde sie teilweise noch zu amerikanisiert, noch zu effekthascherisch, gerade auch wenn er ein beeindruckender Effekt ist, dieser, dieses Auflackern des Universums ist ja im Buch, das ist viel subtiler umgesetzt, viel Boden, es ist sehr plakativ, genau, nicht so plakativ, auch, dass wir jetzt hier die VR-Helme haben, die so shiny Neotechnik sind, die kein anderer hat, also ich fand das in den Büchern bodenständiger integriert, sodass eine bessere Mysterybox aufgebaut werden konnte, weil es sich mehr wie so ein Detektiv-Roman angefühlt hat am Anfang und weniger wie richtiges Science-Fiction, obwohl es in Band 2 und 3 vor allem richtig Hardcore-Science-Fiction wird und dass man sich in der Serie an Stellen nicht mehr Zeit genommen hat, um gewisse Konzepte zu erklären, wie das Thema der Sophonen oder dass man durchaus die Tresolaria noch mehr als böse Wichte hier darstellt, als sie es im Buch eigentlich sind, weil sie haben ja letztendlich nicht wirklich böse Intentionen, sie haben nur die Intentionen, dass sie in eine rettende Welt wollen und den Menschen nicht vertrauen können und sie deshalb mehr oder weniger auslöschen wollen. Auch hier ist es weiterhin nur ein Story-Vehikel dafür, aber diese, dass die Tresolaria so hintertrieben sind, das stellt sich im Buch dann doch noch ein bisschen anders vor. Die sind nicht die klassischen Bösewichte, aber an sich wären das schon fast meine großen Kritikpunkte an dieser Serie gewesen. Ja, ich stimme dir da sogar zu. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mal irgendwo gelesen letztens und da habe ich eigentlich dann auch gedacht, ja, eigentlich hätte die Staffel zwei Folgen mehr gebraucht. Mhm. Ja, du hast es manchmal auch genau umgekehrt, ich sehe auch ganz häufig, gerade bei Netflix, weil ich gebe ehrlich zu, ich bin kein sehr großer Netflix-Fan, weil ich finde, dass Netflix zu viel auf den Markt wirft, aus Geldmacherei-Gründen, sehr viel Mittelmaß bringt und unverschämt teuer einfach ist. Die werden ja jetzt wieder teurer um zwei Euro. Ja. Ich finde das einfach frech inzwischen schon 20 Euro zu verlangen für einen Dienst, der mal mit, ich glaube, 6 oder 7,99 angefangen hat vor ein paar Jahren. Ist ja gar nicht so lang. Du, es ist ja wie bei allen Monopolen, sie haben ihr Monopol geschaffen, sie sind gefestigt, jeder ist in dieses System eingekauft und jetzt testen sie weiter aus, wie viel man am Ende nehmen kann. Es haben in letzter Zeit ein paar YouTuber, ein paar größere YouTuber genau zu diesem Thema, zu der Abo-Hölle, in der wir gerade stecken, Videos rausgebracht und da bin ich total dabei. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo erstens diese ganzen Dienste sehen, hey, wir können uns nicht mehr nur durch Nutzergewinn finanzieren, wir müssen auch richtig Geld reinbringen und das wird für uns in den nächsten Jahren viele Rückschritte bedeuten. als Zuschauer. Ja, natürlich, das ist ja lächerlich, man muss sich das mal vorstellen, wir haben Netflix und Co. gebucht, um werbefrei Fernsehen zu gucken und jederzeit, wenn wir es wollen. Rausgekommen ist dabei, dass die meisten Serien nur noch wöchentliche Episoden bringen, wenn sie neu kommen. Also jetzt, Fallout war eine Riesenausnahme, obwohl ich da auch wieder 2,99 Euro buchen musste, um die Serie werbefrei zu sehen, weil die Werbung in Amazon ist extrem störend. Also ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber... Ich muss sagen, ich habe es nicht gemacht, weil ich mal austesten wollte, wie viel Werbung dazwischen war und die haben wirklich nur am Anfang ihre 30 bis 38 Sekunden Werbung und nicht in den Folgen selber. Hatte ich aber doch. Echt? Oh krass. Ich hatte, ich kann dir sagen, ich hatte da Werbung, aber es ist nicht so schlimm wie bei Freewee, aber ich hatte nach, ich weiß nicht, zwölf oder vierzehn Minuten eine Werbung sofort drin und dann bin ich direkt, dann bin ich direkt umgeschaltet und habe dann sofort die 2,99 Euro gebucht, habe die aber auch sofort wieder gekündigt, weil ich das tatsächlich nur für Fallout jetzt gebucht habe. Kann ich verstehen. Und ansonsten bin ich da tatsächlich kein sehr großer Fan, gerade jetzt von Netflix. Ich persönlich, sage dir ganz ehrlich, aber ich glaube, da sind wir uns so einig. Ich weiß, dass Chris, glaube ich, da sehr auch in meine Richtung denkt. den einzigen Dienst, den ich tatsächlich im Moment richtig gern bezahle, ist Apple TV Plus. Also ich habe in der Tat für Apple fast noch nie bezahlt, weil die so oft ihre umsonsten Monate raushauen, dass ich immer das gucken kann, was ich möchte und dann ein paar Monate warte, bis wieder ein freier Monat rauskommt. Aber ja, du hast recht. Die einzigen, die gerade konstante Qualität liefern, denen man auch gerne das Geld gibt, die sind Apple. Ja, da warte ich halt. Ich lasse das auch laufen tatsächlich. Selbst wenn ich jetzt mal was habe, was ich nicht gesehen habe, aber ich habe tatsächlich auch ein paar Serien, die ich noch gar nicht gucken konnte, aus Zeitgründen, wenn man halt so wie ich halt so als jetzt, das klingt jetzt so hochgestochen, aber ich bin ja nun mal Serienkritiker von, ist halt mein Job, kann ich auch nicht dran ändern. Da ist es dann halt so, dass du oft gar nicht dazu kommst, dass du gucken, was du willst, sondern du musst gucken, was du gucken musst. In der Tat. Und das kann dann schon mal recht viel sein auch, was du gucken musst. Und dann bleiben dann halt manche Sachen so einmal im Keller liegen. So eine Serie wie Fallout, die gucke ich jetzt durch. Gerade auch, weil ich auch nochmal drüber schreibe, aber die hätte ich auch so durchgebiegenwutscht. Und wenn ich kurz eine Empfehlung aussprechen darf, für Leute, die familienfreundliche, schöne Fantasy sehen wollen, möchte ich gerne Renegade Nell empfehlen. Okay. Auf Disney Plus. Das habe ich noch gar nicht von gehört. Kann ich dir auch ans Herz. Ja, weiß ich, kann ich dir aber ans Herz legen. Ist familiengerechte Fantasy, die ist in einem alternativen England des 18. Jahrhunderts angesiedelt. Und die macht einfach nur Spaß. Die Hauptfigur ist eine Frau. Die Schauspielerin ist körperlich so fit und so gut in ihren Bewegungen, in der Art, wie sie die Kampfchoreografien einfach spielt, dass du ungesehen glaubst, dass die jeden Mann dreimal verprügelt. Okay. Und das ist leider relativ selten. Finde ich persönlich halt. Also das nur mal eben so am Rand erwähnt. Aber jetzt möchte ich dich was fragen. Ja, gerne. Glaubst du, es gibt eine zweite Staffel? Das ist eine gute Frage. Netflix zögert da ja mal wieder gerade enorm. Die haben zwar viel Buzz damit erzeugt, viele Leute haben darüber geredet, aber da sie auch nicht wirklich Zuschauerzahlen, glaube ich, groß dazu rausgegeben haben, zweifle ich gerade noch. Besonders mit dem Blick auf eine zweite und dritte Staffel, was das vor allen Dingen im Maßstab bedeutet. Weil spätestens ab dem dritten Buch steigen wir in so viel High Concept Science Fiction rein, die auch mit sehr vielen Effekten spielen muss und die nicht nur auf der Erde spielt. Dass das verdammt teuer werden wird. Und ich glaube es auch nicht, dass die es in nur drei Staffeln hinbekommen würden, alles zu adaptieren. Boah. Ich hoffe als Fan ja. Ich tendiere aber fast schon wieder zu Nein, weil die einfach nichts von sich hören lassen. Also ich habe das letztes Mal bei What's on Netflix geguckt. Da generiert die Serie zum Beispiel jetzt nicht so viel wie Avatar. Obwohl Avatar ist zum Beispiel schon wieder aus den Top Ten raus. Three-Body-Problem, ich gucke es übrigens gerade nach, während wir reden, steht immer noch auf Platz sechs zumindest, was eigentlich gar nicht schlecht ist. Okay. Obwohl natürlich die deutsche Action-Serie Cooks Platz eins ein Riesenerfolg natürlich für Deutschland ist, muss man einfach mal sagen. Das finde ich schon ziemlich spannend. Aber das Three-Body-Problem hat sich zwar nicht sehr lange auf dem ersten Platz gehalten, aber wann ist die rausgekommen? Um 21. März, kann das sein? Ist so ein bisschen ein Dauerbrenner. Ja, 21. März, irgendwie so 22.23, irgendwas war da, ja. So, jetzt haben wir die einen Monat unter den Top Ten. Ich glaube, das spricht ja auch für sich, dass die Serie so schlecht nicht laufen kann. Mhm. Es wird definitiv spannend, bei sowas wie One Piece haben sie ja relativ schnell und Avatar haben sie relativ schnell wieder das Renewed. Und ich glaube, die haben noch mal einen ganz anderen, ja, Appeal an die Zuschauer. Genau. Anstatt so ein wirklich Science-Fiction-mäßiges Ding. Und man muss dazu sagen, dass Benioff und Vice ja auch nicht mehr den besten Ruf unter den Leuten haben, was Adaptionen betrifft. Leider. Seit ihrer, ähm, seit des Finales, ne? Ja, der Verbrechen-Staffel, ja. Obwohl man muss ja sagen, das hat sich ja auch schon vorher angekündigt, die beiden, hatte ich damals auch schon oft gesagt, in unserer Game of Thrones-Reihe, die waren gut, solange sie genügend Material zum Adaptieren hatten. Als sie dann in eigene Geschichten reingehen mussten, wurde es schwieriger. Das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem an dieser Serie, warum sie für mich nicht ganz die Qualität der Bücher erreicht, weil sie dann doch sehr viel selbst hier reinschreiben und die fünf Charaktere in der ersten Staffel da doch teilweise Abziehbilder von so typischen Hollywood-Figuren sind. Ja, einige wirken, wirken schon etwas klischeehaft und, äh, gibt ja auch eine Menge Leute, die halt gerade Xin Cheng, äh, kritisiert haben, aber noch mehr, äh, wie hieß die, Firmenchefin, wie hieß die denn nochmal? Ja, die... Augi, ne? Augi, ne? Genau, die für Wang Miao da zum Teil stand, genau. Genau, also Augi, äh, die wird, ist auch relativ stark kritisiert worden. Äh, ich bin da genau auf deiner Seite auch, ich bin da sehr, äh, skeptisch leider im Moment, aber Netflix hat, hat ja immer so ein Zeitfenster von 80 Tagen. Letzten Endes, jetzt sind es gerade mal ein Monat, 30 Tage, die jetzt um sind, das für Bodyproblem hält sich in den Charts. Avatar, One Piece haben einen ganz anderen Background. Die haben eine riesige Fanbase durch die Zeichentrickserie. Man muss einfach mal sagen, beide Serien sind inhaltlich nicht annähernd, äh, so schwer thematisch. Es ist schwer vergleichbar. Der ist wirklich der Anreiz der verschiedenen Zielgruppen. Besonders, weil 3Body, die Trisolaris-Trilogie, ja noch so hart Sci-Fi wird. Und das ist jetzt nochmal zum Schluss, vielleicht nochmal ein Punkt, den wir unseren Zuhörern mitgeben können, für die, die die Bücher noch nicht gelesen haben. Es gibt ja zwei Versionen, wie man es im Deutschen konsumieren könnte, neben der Serie. Und zwar einmal haben wir die klassischen Bücher, die man lesen kann oder die man sich auf Audible anhören kann. Oder die Hörspiele im Öffentlich-Rechtlichen. Und die hörst du, glaube ich, gerade durch richtig. Ja, das ist richtig. Tatsächlich, wenn ich halt abends gearbeitet habe, dann, und höre mir dann ein Hörbuch an, dann bin ich innerhalb von 5 Minuten eingeschlafen. Tut mir leid. Man möge es mir verzeihen. Aber die Hörspiele, die sind in der ARD-Audiothek. Das ist eine App, die man sich kostenlos runterladen kann. Und für Hörspielfans übrigens auch sehr empfehlenswert. Da sind dann unsere Märchensteuern mal einigermaßen gut angelegt, wenn man das so sagen darf. Das Hörspiel ist sehr gut umgesetzt. Das ist eigentlich schon älter. Ich glaube, das ist schon 2017 gemacht worden und ist natürlich jetzt im Zuge der TV-Serie noch einmal auf WDR 5 gelaufen und seitdem für ein Jahr kostenlos downloadbar sogar in der Audiothek. Das heißt, man könnte sich das auch downloaden. Und ich möchte den Leuten von euch das sehr ans Herz legen, die Hörspiele mögen. Eine sehr hochklassige Produktion. Wie lang ist die im Vergleich zu den Büchern? Also ich weiß, das ist ein Buch, wenn ich jetzt nochmal in meinen Audible reinschaue, das hat schon seine 15 bis 20 Stunden. 17 Stunden hat Band 1, glaube ich. Ja, irgendwie so. Ja, 17 Stunden ist so. Also der erste Band hat 12 Teile zu je 30 Minuten. Den zweiten Band finde ich ein bisschen enttäuschend. Der hat nur 8 Teile zu 30 Minuten. Wobei ich glaube, dass Band 2 eigentlich länger ist als Band 1 in Wirklichkeit. Und Band 3 ist wieder mit 12 Teilen zu je 30 Minuten, also 6 Stunden. Für eine Hörspieladaption geht das in Ordnung. Ja, sehr schön. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn Staffel 2 kommen sollte, höre ich mal in die Hörspiele rein, anstatt mir die Bücher nochmal komplett durchzuhören. Aber sagst du, kannst du empfehlen, dir anzuhören? Sehr schön. Also wirklich, ich mag es wirklich sehr gerne. Und vor allen Dingen, es mag jetzt vielleicht auch ein bisschen selbstsüchtig klingen, aber wenn man eben wirklich abends müde ist, und dann hört man jeden Abend 30 Minuten so einen Teil, bis die Bettschwere einsetzt, und dann ist man da halt auch eine Weile durch. Oder auch mal zwei, wenn man mal schlechter einschläft. Aber man kann das wirklich sehr, sehr schön hören. Und wie gesagt, es ist komplett kostenlos abrufbar. Und insofern kann man ja nichts falsch machen. Super. Also, damit hätten wir das jetzt schon ein bisschen abgeschlossen. Wir können die Serie empfehlen, sich die anzuschauen. Wer davon angefixt wurde, hört ins Hörbuch oder in die Bücher selber rein. Und was hört oder liest man denn von dir als nächstes? Wir haben jetzt erstmal die Star Trek Chronik 5, Deep Space Nine abgeschlossen, die wir halt auch ein bisschen anders angegangen sind als die anderen Chroniken. Wir haben das ein bisschen, ich nenne das immer verwissenschaftlicht, sind stärker in die Quellenarbeit reingegangen, sind etwas tiefer in die Materie, in die philosophische Materie, in die politologische Materie eingestiegen. 800 Seiten stark. Ich nenne das immer Schwiegermuttertöter. Also, wer eine Schwiegermutter hat, die ja nicht leiden will und die dann zufällig von einem Buch erschlagen werden soll, dem kann ich die Chronik 5 ans Herzen legen. Und zur Fetcon pünktlich, wo wir uns ja hoffentlich sehen werden, erscheint die Ak... Ach, nein. Ja, dieses Jahr leider nicht. Einerseits wurden, da musst du die Fetcon-Veranstalter fragen, wir dieses Jahr nicht mit unserem Quiz angenommen. Andererseits haben wir in der Tat auch andere Sachen uns jetzt vorgenommen. Also, deshalb leider dieses Jahr keine Fetcon für uns. Aufhören, ich finde es sehr schade. Aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, bist du ein Fan von Akte X zufällig? Also, ich habe es früher bei der Live-Ausstrahlung ProSieben gesehen, aber ich bin nie dazu gekommen, das einmal komplett durchzubingen. Ich habe die letzten Staffeln mir mal angesehen, wobei das natürlich jetzt die fragwürdigsten sind. Und in die neuen bin ich bis zur zweiten Staffel, glaube ich, eingestiegen. Und das war's. Okay, dann kann ich dir vielleicht empfehlen, mit der ersten nochmal anzufangen, wenn unsere Akte X-Chronik kommt. Da widmen wir nämlich jeder Staffel ein eigenes Buch mit ungefähr so um die 230 bis 250 Seiten, wo wir halt nicht nur ausführliche Episodenbesprechungen machen. Es wird viele Hintergrundinformationen geben. Es wird auch da wissenschaftliche Backgroundinformationen geben, sowohl über die Figuren, über die tatsächlich sehr viel geschrieben wurde, aber auch über die ufologischen Aspekte. Wir sind da so ein bisschen in die Ufologie reingegangen. Jeder Band wird ein Interview mit einer Akademikerin oder einem Akademiker enthalten dazu. Und wir haben da sehr viel Freude an der Arbeit. Und Band 1 ist gerade im Lektorat. Sehr schön. Dann haben wir was, auf das wir gespannt sein können. Dann erstmal danke, dass du heute dabei warst. Vielleicht hören wir uns ja dann spätestens zur zweiten Staffel nochmal wieder in dieser Besprechung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Ja, und alle, die mehr von uns hören, sehen oder lesen möchten, gehen einfach auf nerdizismus.de, denn das habe ich am Anfang gar nicht erwähnt, wie wir es sonst meistens erwähnen. Aber wir sind natürlich hier schön eingestiegen. Denn da könnt ihr alles finden, was wir so gemacht haben. Und wenn ihr vor allem auf den Hören-Button klickt, könnt ihr uns komplett abonnieren. Wenn ihr auf den Feedback-Button klickt, dann könnt ihr uns einerseits an die WhatsApp, eine Sprachnachricht schreiben, an die 01525 964 7709, eine Info at nerdizismus.de Mail verfassen oder mitdiskutieren auf Discord unter nerdizismus.de slash Discord. Denn wir möchten gerne immer wieder von euch hören, was ihr einerseits zu dem denkt, was wir hier besprechen und andererseits, ob wir denn vielleicht auf eurer Wellenlänge sind mit den Dingen, die wir hier so sowieso besprechen. Demnächst geht es bei uns weiter fleißig mit den Besprechungen von der letzten Staffel Star Trek Discovery. Chris und mein Lieblingsthema sozusagen. Und ja, allen anderen. Und dir, Reinhard, wünsche ich schon mal einen schönen Abend. Ja, wie gesagt, vielen Dank nochmal, hat es sehr großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass auch die Zuhörenden ein wenig Spaß daran haben. Super, danke dir, bis dann, ciao. Tschüss. Eine Produktion. und des Podcast-Imperiums.